. 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 Du willst hier was? Ich hab nichts verlehrt. Ich hab noch was dabei. Also, da muss was passieren, eher das was passiert. Ich will nicht, dass mein Vater noch mal irgendetwas inbreg. Willst du, meinst du, ich will mich Vater umbringen? Nee, das ist ein Schlafmittel. Das bedeutet Gesundheit nicht, aber letztendlich perfekt eine Stunde. Fast schlaf. Das ist kein Risiko. Es gibt nichts in Ordnung. Sicher? Ja, ich will doch Vater nicht umbringen. Warum? Wenn auch. Ich hab als Blotensin Interesse.